Sechs Minuten sind gesammelt. Oh Mann, ey! Ich hab dich gespist. Jetzt geht's los. Jetzt geht's wieder los. Komm! Neue! Nach einmal! Ja! Mach ich! Mach ich! Mach ich! Fett! Die Sechs. Die Sechs. gut dreist eins wieder es ist wie vor ich auffreste Ja. Ja. Fuck! Bitte ruhig, ruhig, mein Ball. Lenk echt ab. 10-10. 5. 10-10. Eck. 10-10. Ich schlafe nicht weg. Ich schlafe nicht weg. Ich stehe. Das ist alles. Vollzüglich, ich habe die Gretel. So ist es. Beide. So ist es. So ist beide. So ist es. Ok, das ist alles. Jetzt macht er wieder ein! Den Beunster, oder? Das hast du vorhin gesagt, den Beunster. Jetzt hast du ihn, jetzt hörst du da auch wieder. Bleib die Beine. Der wäre auch noch was. Oh, was ich will. 30-40. Oh, sorry. Oh, ja, ja, ja. 3 zu 2 für Badel Regenspult gegen Michael Lachmeier. Wieder ein Match, das eigentlich ein Unentschieden verdient hätte. Wo dann schon mal einer einen Fehlaufschlag machen muss, damit es zu Ende geht. Bis zum nächsten Mal.